Mathe-Kombaat! Mathe-Mann vs. das Kratzproblem Round One Fight Mathe-Mann, beginne mit irgendeiner natürlichen Zahl n größer 0. Ist n gerade, so nimm als nächstes n halbe. Ist n ungerade, so nimm als nächstes 3n plus 1. Wiederhole die Vorgehensweise mit der erhaltenen Zahl. Jede so konstruierte Zahlenfolge bündet in den Zyklus 4, 2, 1. Egal mit welcher natürlichen Zahl n größer 0 man beginnt. Oh nein, das Kollatzproblem ist nicht lösbar. Da mach ich nicht mit. Get over here! Hm, vielleicht kann ich es ja doch lösen. Das Kollatzproblem wins. Long-term-victory. Mastermind!